äh ja ich hoffe es ist so halbwegs in ordnung wenn wir gleich links oben links links besser glaube ich oben oben links links viel besser links rechts war es richtig? rechts 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 nein war falsch egal links scheiße aber ja vielleicht haben wir jetzt den input lag ein bisschen verringert ich glaube schon es ist auch ein bisschen klarer das bild weniger fragmentiert deine maus ist im bild ein maussteiger sorry kann ich nichts gegen tun egal egal links oben links links oben oben links 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 rechts nochmal ich muss nur rechts drücken da glaube ich das war auf dem Bild steht immer oben rechts ja aber wahrscheinlich muss man ja rechts drücken oder so und eine 9 steht noch drauf versuchen wir das als Telefonhörer vielleicht ah nee das hätte ich wissen müssen das kann ich links 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 Oben, äh, rechts, also eher das halt, was du grad richtig gemacht hast, so Neun, ich, ich mach jetzt über den Nummernblock das Es geht über den Nummernblock tatsächlich auch Ja, ich hab vorher die Pfeiltasten genutzt und vielleicht ist es deswegen so schlecht gelaufen Das kann sein, ja Okay, weiter Oh Gott Links Warum? Was war jetzt passiert? 1000 Kilo Block ist auf dich draufgefallen Stand da Ja, wer weiß Aber warum? Vielleicht weil manche von denen fallen sind Sah der Beutel anders aus? Ist mir nicht aufgefallen So, apropos Beutel Ich versuch mal was zu schreiben Welcher Buchstabe ist denn? Warte mal, fangen wir woanders an Da haben wir das Das ist ein XY CV Nee, huch Falsch rum Nochmal CV B Ist das ein B? Äh, äh, Moment Sorry, ich versuch gerade Das ist ein N Verdammt Huch Und das ist ein J Ich versuch gerade rauszufinden, wie der Berg funktioniert Hm Joey Es könnte sein, dass das falsch ist Aber was steht da? Da steht Bilbo Yes Okay, ähm Ja, hier ist der Berg So nicht, Mist Egal, dann, äh, anderes Spiel versuchen Können wir auch Äh, du musst mich nur lotsen Dann machen wir mal Geh nochmal zwei nach oben Dann machen wir mal drei Sine Drei Sine Nicht vier Sine Nee, drei Sine Weisine Drei Sine Hupsasar, lass die Räder rollen Wir wollen spielen Spielen So, und das muss man jetzt machen? Ich hab keine Ahnung Also, ich wüsste es eigentlich, wenn ich sehen würde, aber Äh, 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 vier, äh, vier, links Oh Rechts Rechts, rechts, rechts Äh, 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 ich versuch's Kommt da was? Gut, gut, gut Ja, ja, passt Oh Gott Yay! Und jetzt, äh, äh, links So? Ja, und dann wieder rechts Okay Jetzt Jetzt, rechts War das richtig? Ja Ist immer sehr verzögert Links So? Jo Sag mal Bescheid, wenn's richtig war Aha Rechts Gut Links Gut Jetzt geht's erstmal ne Zeit geradeaus Äh, links Ah Links, links, links Ist es? Links, links, links Erstmal rechts Egal Bleibt da Ist glaub ich gar nicht schlecht Yes Ich wusste es Jetzt links, 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 links Ja Gut Fertig Was, das war's schon? Ja Es dauert zwar noch nen Moment Äh, aber es ist gleich vorbei Siehste, was war denn jetzt so schwer daran? Keine Ahnung So ein voll einfaches Spiel Trolleyb, 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 trolleybster, du hast gewonnen, ist doch klar Hurra Gut, wir haben jetzt nicht sehr viele Säcke eingesammelt, aber wir haben das Spiel geschafft, das ist das Wesentliche Ja Gell, Joey? Yo Ey Yo, Joey! Okay, eins rechts, eins runter Äh Äh So? Genau, und, genau, ja Und los Mit dem Flugzeug Genau Flugzeug Flieger heißt Ach du Scheibenkleister Nein Ich weiß nicht mehr, wie das war Du musst da die ganze Zeit nach links und rechts Also, ich muss die ganze Zeit lenken Yay, Hugo, trolleybster, der Joey sitzt im Bild, ich seh nix Äh, 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 rechts Das andere rechts, leh, ach so, oh scheiße, jetzt versteh ich Äh, links Äh, scheiße Oh Gott, ich glaub, das ist schwer Hey, nächstes Mal bring ich mir nen Airbag für mein Trollpopo mit Ja, Trollpopo Trollblöd gelaufen, aber wir haben ja noch einen Flieger Äh, äh, links Ein bisschen So leicht Weiter rechts So weit Äh, links, weiter links Scheiße Das geht so nicht Das ist Das, das, das Da müsste ich dir schon die Steuerung in die Hand drücken, damit das funktioniert Ja, ich glaub, das funktioniert so nicht gut Dieses Spezielle Weil das auch sehr sensibel ist Mit so nem kleinen Druck von dir fliegt das schon komplett woanders In rechts Oh Äh, links Äh, äh, ja, gut Ach, in die Ballons darf man auch nicht rein Nee, also in die roten nicht Ach so, ich hab dich jetzt extra einfliegen lassen Ja, wenigstens haben wir getroffen, ne? Ich will es sein Der Troll, der lässt's wohl lieber sein Okay, nochmal, das will ich trotzdem nochmal probieren Okay, oh Du halt, also Eins rechts, eins runter Ach so, ich Ach, das war nicht mal, äh, neuer Wir haben ja nicht mal irgendwas eingesammelt von daher Ja, eben Hugo, Startler für die Biste Zündung an und hoch die Kiste Kein neuer LeCort Null Punkte sind aber auch ne Punktzahl Zündung an und hoch die Kiste Links, äh, oder so Ja, oh Links, weiter, links, weiter, links, 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 links Weiter, weiter, weiter Gut, 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 gut Rechts, bisschen rechts Noch ein Stück Scheiße Aber ey, wir haben schon mal einen Sack eingesammelt Schon mal was Du darfst wenigstens seinen Namen eingeben bei dem Spiel Ja Den Weg fahren wir lieber zusammen mit der Bahn Oh, okay Unblöd gelaufen Aber wir haben ja noch einen Flieger Links, 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 links Weiter Gut, passt, passt, passt Weiter, scheiße, scheiße Nein Das ist total schwer abgeschätzt Wo du mit der Drehung auffährst immer Ja, ich weiß es ja auch nicht Ich hab auch keine Ahnung, wie ich das machen soll Also, dann müsstest du ja auf Stop dazu sagen Okay, dann sag ich nächstes Mal Stop Ach du Scheiße, das wird doch nix Rechts Stop Sieht gut aus Links Stop Rechts Stop Rechts Stop Nicht links Aber jetzt lief sogar Das versuchen wir nochmal Das ist, ja, ist gar nicht so schlecht Das kann funktionieren Ja Dann könnt was Schönes sein Der Troll, der lässt's wohl lieber sein Ich hoffe, ich hab richtig mitgezählt Ich versuch mal was einzugeben Ähm Also, warte mal Da ist die Tab-Taste Q, W, E, R, T, Z Ist das richtig? Ja Dann Z, W, E Ja Ähm, jetzt ist das doofe Ich weiß grad nicht mehr Ist das ein I? Ja Ja Haha Haha Okay, das kriegen wir hin So, jetzt wird's ein bisschen schwieriger Wo ist denn das L? Kannst du mir mal die Tastatur sagen Wo da auf der Tastatur Muss ich selber gucken Das ist neben dem Ach ja, klar Neben dem Ö Äh, okay, ja Aber ist das Kommt das nach dem L? Oder Kommt das Das kommt nach dem Äh, nach dem L L, Ö, Ä Ah, okay Ja Haben wir Das ist der Joey übrigens Der die Geräusche macht Ist das die Nase? Ja Ein C, ja Jut Ein K Ein E So, fertig Damit sind wir gemeint Nein, Quatsch Damit, damit sind natürlich die, äh, zwei Säcke, die wir, äh Die wir eingesammelt haben Ja Okay Bin ich richtig? Kann ich Enter drücken? Ja, kannst Enter drücken Alles klar, noch ne Runde Hugo, stehe klar für die Piste, Zündung an und hoch die Kiste Hoch die Kiste? Jui, Hugo Düsentroll Hugo Düsentroll Oh Weiter so Rechts, Stopp Links, Stopp Links, 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 links Sehr gut Stopp Rechts, Stopp Rechts, Stopp Rechts, Stopp Rechts, Stopp Rechts, Stopp Links, Stopp Links, 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 scheiße, jetzt hab ich zu spät gesehen, dass da ein roter hinter dem blauen ist Das war nicht schlecht Das war nicht schlecht Zwei Säcke und einer davon sogar free Das war nicht schlecht Das war nicht schlecht Zwei Säcke und einer davon sogar free Rechts, Stopp Rechts, Stopp Links, Stopp Links, 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 scheiße Da war man so eingekreist von Wolken Aaaaaaah Scheiße Hey, jetzt holst du mir einen Airbag für meinen Trollpopo mit Wind, Nord, Nord, Troll Mit dem letzten Flieger schaffen wir es jetzt, komm Ach du Scheiße, links, Stopp Ach Scheiße, rechts, rechts, rechts Nein, nein Ach, Verflucht Ich bin gespannt, wenn ich mir das angucken darf Vielleicht schneide ich das sogar in mundgerechte Stücke So ein Spiel am anderen im Einzelnen Ja, immer so die guten Szenen Also alles Also eigentlich so Also brauche ich es gar nicht auseinanderschneiden Alles ist gut, was wir machen Ja Okay, anderes Spiel Das funktioniert so, glaube ich, nicht gut Okay, anderes Spiel Versuchen wir das mal Also, äh Äh A Ja N Ja Oh Gott S W-E-W-A Hans-W-W-A Okay, passt Okay, ähm Also jetzt Legen rechts Ja Schon selber ganz rück Runter, runter Und dann runter, runter Und noch eins runter Das ist die Floßfahrt Die Floßfahrt, ach du Schande Ich weiß nicht, wie die geht Ich glaube, man muss von Baumstamm zu Baumstamm oder so Ja, ich glaube Hau mal Okay, äh, links Okay, das kann man zu früh machen, anders als bei dem Berg Okay Das neue Hugo Fischfilet Links Das war Blödsinn, egal Wieder ein Nils Oh, oh Rechts Äh, links Rechts Okay Äh, links Scheiße Ich war zu unentschlossen Ich hab zu spät gesagt Er kommt noch weiter Wie was mehr Er hat zweimal erreicht Gibt's die nächste Chance Und hat jetzt keine Flöße mehr Links Ah, scheiße, noch nicht Ach, doch Äh, war okay Hä 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 Okay, da war eine Cutscene gerade da Die, die Zauberin Rechts Auf den, äh Äh, äh, rechts Das andere Rechts Ja Was sollte das denn jetzt Ja, das mit der Katze Ja Was hat die denn gemacht Da war so eine Szene, wo Hugo in so einer Glaskugel zu sehen war Und die Zauberin hat irgendwie wie einen Blitz auf die Kugel geworfen Was will ich noch mal probieren Käpt'n Käpt'n Gut Ich überlege gerade, ob man noch so was ähnliches, also auch, auch so eine Verwurstung Käpt'n Käpt'n Sugo Sugo Tugo 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 Erzähl bitte Tuto Entschuldigung, das war ja Ich wollte doch Tugo, nicht Tuto Egal Das ist das Richtige Mein Nachbar Tuto So, jetzt muss ich nur mal gucken, was ist denn, äh, ich kann doch hier Mein Nachbar Tugoro Tugoro Ich möchte mit diesem Synchronsprecher gerne reden Und fragen, wie das so war damals Links Rechts Das war Blödsinn, egal Links Was war das? Wieso? Ah, ne, kannst du ihn wieder und was Oh, ist noch immer da Versuch's noch mal Ich hab eh falsch gedrückt Was, 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 das verstehe ich nicht, was hast du denn gedrückt? Ich hab rechts gedrückt, statt links Na, daran kann's jetzt nicht gelegen haben, dass wir gescheitert sind Rechts Äh, nein, nicht rechts, scheiße, bleib da Links war nichts Sie haben da aufsprechen Was, der Hand, erfrischend und lahm Aber zweimal reicht So, jetzt die nächste Chance Vorbei Links Scheiße, das war zu spät Keb Nogo Gern schwimmt der Hugo dreie mal Doch noch mal wär denn schon ne Qual Jetzt stell dir vor, du bist Ein Kind in den 90ern, das dieses Spiel gekauft hat So eine Scheiße Captain Spiegelow Ja, der, 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 ähm Der bewirbt nicht Fisch, sondern Eier Okay, nochmal Flussfahrt Ich hab keine Ahnung, wie das Auf geht's endlich in den Fluss Ich hab keine Ahnung, wie, wie, wie das jetzt mit den Cutscenes funktioniert Funktioniert Links Rechts Jetzt verstehe ich Die Baumstämme sinken nach ner Zeit, wenn man zu lange drauf stehen bleibt Rechts Links Scheiße Um ein Zentimeter verpasst Oh, ich bin noch immer da Versuch's noch mal Äh, links What? Ja, aber wie soll man denn hier rechts So Jetzt kommt wieder Cutscene Mit der Zauberin Äh, links Vielleicht sollte ich das ablenken Rechts Links Ah, okay Aber woher soll man das denn Rechts Äh Links Rechts Links Links Rechts Oh, Tempo ist höher geworden Oh, oh Rechts Ja, was hätte man da denn jetzt machen sollen Da gab's keine andere Möglichkeit Wasser am Abend erfrischend und lahmend Aber zweimal reicht Nutz die nächste Chance Okay Rechts Rechts Oh Sorry, ich hab mit links gerechnet Captain Hugo Dammit Da schwimmt der Hugo dreie Mal Doch noch mal, wer denn schon ne Qual Hat dieses Spiel ein Ende? Das war kein Sinn, nicht? Ich weiß es nicht Dafür müssten wir es mal richtig spielen Eigentlich schon Keine Ahnung Hepp Kuglo Kuglo Weiß nicht Ja, genau Kuglo Das ist ja komisch Das ist ja komisch, dass ihr geht, aber Das ist gar nicht davor Kuglo Heppchen Kuglo Ja, so ist auch okay Kuglo Heppchen Kuglo Okay Ich würd's gern mal wissen Ich würd gern mal ne Floßpfad machen Und dann Ich würd's Ich würd das auch mal spielen Hast du Siehst du jetzt? Ja, jetzt seh ich Okay, das heißt ich muss nix machen Richtig Wann muss ich denn drücken? Jetzt Hepp Also schon bevor du auf der Höhe von dem Stamm bist Sonst springst du dahinter Okay Bevor ich auf der Höhe bin Also wirklich Ja Nicht an die Baumstämme da kommen Ja, ja Verstanden Manchmal kommen da so Dinge aus dem Wald auch rausgeschossen Die machen aber irgendwie nix Das hab ich nicht verstanden Nein Ging nicht mehr So ähnlich war das vorhin Man hatte keine Wahl Ja Trollopser Hugo ist noch immer da Versuch's mal Das ist aber Troll Der trollt uns Ja, das ist ja jetzt schlecht Ich komm nicht rüber Jetzt komm ich rüber Und weiter Jetzt ist schneller wieder Ja Der in der Mitte ist irgendwie schneller als die außen Na Komm schon Kommt der nächste Komm schon Ja, da ist auch einer Hä? Guck Versteh das nicht Das ist alles Ablenkung Würde ich sagen So Jetzt einmal hier rüber Dann Boing Da kommt einfach so ein Stamm Vom Baum Ja So Ist jetzt nur die Frage Wann Darf ich springen Jetzt Dann nehm ich den noch mit Ein Sack Ein Sack Wer Böses denkt Nee Oh, komm schon Ja Der nächste Kommt sofort Das läuft doch Boing Können die Dinger dich auch treffen? Das haben wir nie geschafft Also die, die da bestimmt Die, die so rausschießen Ja Haben wir Keine Ahnung Weiß ich nicht Hm Ich versuch's mal hier So Nee Ich lass mal noch einen Nö Die, die da so rauskommen anscheinend Nö Oh 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 Ich glaub es war ein Fehler Noch nicht Ho Go Dies war halt nicht Stirb Kartoffel Ah, da geh ich mal lieber nicht lang Oh oh Ich hab nix mehr, wo ich drauf springen kann Oh 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 Da passiert was Also es geht Weißt du, bei uns war es dann vorhin so, dass der irgendwann angefangen hat, auf dem eigenen Baum stand, auf dem man stand, so Äh, drauf rum zu stolpern und dann ins Wasser zu fallen Hm Aber nicht, weil der zu tief ins Wasser ging Da waren wir erst relativ kurz immer drauf Das hab ich nicht verstanden, warum das jetzt nicht war Aber Umso besser Immerhin zumindest, es ist möglich Möchtest du nochmal? Nee, mach Taucher Ich mach Taucher Und jetzt wieder So wie's gedacht ist Das ist nicht so gesund, ja Äh, rechts Vielleicht Ja War das jetzt rechts? Nee Aber war okay, rechts Was war das? Weiß ich nicht Also dich hat nen Krebs gezwickt, aber ich hab den gar nicht gesehen Rechts Links Links Fieser Fischgestank Was ist denn passiert? Oh Ah, warte mal, oben gibt's auch Okay Oben gibt's auch, ja Vielleicht muss man über den drüber Zweimal ist der Troll versoffen Kein Versuch ist nun noch offen Probieren wir mal Oben Fieser Fischgestank Mit oben kommt man nicht da drüber Aber mit oben kannst du deine Luft wieder auffüllen, das weiß ich noch Ach so Oh Nochmal